Die Hertha verliert auch ihr zweites Spiel gegen Aufsteiger Wien-Wiesbaden mit 1 zu 0 in Lucky Punch. Der Fehlstart ist somit perfekt. Warum ich das Ganze jetzt gar nicht so dramatisch sehe wie den neuen Hauptsponsor von Hertha BSC, will ich euch in diesem Video mal kurz ein bisschen erzählen, ein bisschen das analysieren und was ich eventuell bei der Hertha anders machen würde, beziehungsweise was sich schon bewiesen hat, dass anders besser läuft. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ein Abo und ein Like würde mich mega freuen auf dieses Video und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Die Hertha ist in diesem Saison gestartet und hat beide Spiele verloren. Ja, und das ist das erste Mal seit 2003, dass man in den ersten beiden Spielen torlos ist. Aber man ist seit 14 Spielen ohne weiße Weste. Ich glaube, das spricht für sich. Muss man aber jetzt mal dazu sagen. Man muss das Ganze ein bisschen relativieren. Gegen Düsseldorf war es ein Einwurf, wo die Hertha gepennt hat, kriegen sie das Gegentor. Und gegen Wien-Wiesbaden war es eine Ecke in der Nachspielzeit mit einem Lucky Punch. Man hätte beide Spiele aber auch genauso gut gewinnen können. Und trotzdem ist es ein bisschen komisch. Denn man hatte zwar offensiv Chancen, ja, das ist auch durch die X-Goals bewiesen, dass man offensiv wirklich stattgefunden hat. Man hatte im letzten Spiel 1,61 X-Goals, hat gar keins gemacht. War brutal uneffektiv. Aber trotzdem reicht es irgendwie nicht für den Absteiger, wie ich finde, offensiv Kreativität, Druck oder auch wirklich eine absolute Überlegenheit darzustellen, wie man das als Absteiger sich vorstellt. Denn dass die Hertha oben mitspielen müssen, ist, glaube ich, ungewiss. Nichtsdestotrotz, ich habe es immer gesagt, wartet mal die ersten fünf Spiele ab, bis sich der Kader ein bisschen findet. Und ich finde, das ist so typisch zweite Liga. Man spielt die Spiele und verliert wegen zwei Standards die Spiele. Das ist typisch zweite Liga, das weiß man. Und zack, brennt ein bisschen der Ofen ergebnistechnisch bei der Hertha. Wenn wir uns das Ganze mal, wenn wir uns Pal Dardai anschauen, und da möchte ich jetzt dann später, gehe ich dann noch auf die Aussage drauf ein, die finde ich ganz interessant. Wenn er sagt, wenn meine Links- oder mein Rechtsverteidiger zehn Flanken schlagen und keine wirklich ankommt, dann kann ich auch nichts mehr machen. Die Aussage finde ich nicht so passend. Dazu später mehr. Thema Pal Dardai, Thema allgemein Dardas bei der Hertha, finde ich nicht so dramatisch, wie viele das darstellen. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, kann dir sowas ganz schlimm. Die Ohren fliegen, das ist relativ normal. Aber trotzdem möchte ich hier mit einem Satz erwähnen, dass Dardais nicht das Hauptproblem der Hertha sind. Das möchte ich jetzt mal wirklich hier mal anbringen. Werdet ihr später auch noch mehr dazu erfahren. Der Anspruch der Hertha muss höher sein als bisher. Nichtsdestotrotz waren die Spiele jetzt keine Vollkatastrophe. Das möchte ich jetzt auch sagen. Der Anspruch ist ein ganz anderer, um das wirklich mal darzustellen. Aber man hätte beide Spiele auch einfach gewinnen können und dann wäre das ganz anders gewesen. Das Wie wäre auch die Frage gewesen, aber es war möglich. Der Umbruch muss jetzt her. Man hat es bei, ich vergleiche es ein bisschen mit Bremen, bei der Abstiegssaison, die Mannschaft ist absolut nicht vollständig. Man weiß nicht, wer noch spielt, wer in zwei Wochen noch da ist und wer am 1.9. noch in der Mannschaft ist. Und es muss jetzt so schnell wie möglich passieren. Deswegen sage ich, fünftes Spieltag, sechste Spieltag, warum müsste das sein, wo der Transfermarkt schließt und da muss die Hertha dann wirklich ihren Kader zusammen haben und dann wird das auch ein eingeschworener Haufen. Ich habe auch so ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht, wer von euch das Marco Richter-Interview nach dem Spiel gesehen hat, wo es um seine Personalie ging. Er ist ja Kapitän jetzt. Ich denke mal, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er bleibt, aber das Interview war ein bisschen komisch, wo man gefragt wurde, wo er sich sieht, was er seine Personalie sieht und er dann einfach abwinkt. Es gibt jetzt Wichtigeres, als über meine Personalie zu reden. Denn ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob er bleibt. Lasst euch mal in die Kommentare schreiben. Schreibt euch in die Kommentare, was ihr denkt. Jetzt könnte man sagen, warum behält Hertha einfach nicht zu, Zerda, Lucke, Bakio, die ganzen teuren Spieler. Das geht nicht. Die haben immer noch ein 40-Millionen-Darlehen, was sie abbezahlen müssen. Und das ist einfach eine absolute Drucksituation. Aber die Spieler müssen jetzt einfach raus. Der Kader muss ausgedünnt werden. Man braucht eine junge, hungrige Mannschaft. Ich habe auch das Gefühl, dass Dardai wirklich hungrig ist. Und da sehe ich auch die Mannschaft jetzt wirklich, die hat Potenzial, die Mannschaft. Nur muss jetzt schnellstmöglich geklärt werden, wer bleibt und wer nicht bleibt. Und das ist wirklich ein Drahtseillag, den Hertha da bewältigen muss. Umso schneller, desto besser natürlich. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen auf die taktische Einstellung eingehen, denn ich finde, das passt nicht so ganz. Dardai spielt mit einem 4-4-2 mit zwei Sechsern. Dardai und Clemens sind die Sechser. Dann hat man zwei Offensive mit auch Winkler oder Dardai. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Reze. Und dann hat man die zwei Stürmer mit Niederlechner und Richter. Ich persönlich finde, dass der zentrale Raum absolut tot ist, wo normalerweise der kreative Zehner stattfindet, den es auch heute jetzt nicht immer so mehr gibt. Aber da ist der Raum ist tot. Also Hertha hat in der Offensive eine kreative Todzone, die ich so selten irgendwie jetzt, so auffällig selten jetzt in letzter Zeit irgendwie gesehen habe. Da geht nach vorne, ja sporadisch immer was. Aber da fehlt es einfach im Zentralmittelfeld an allen Ecken und Enden. Wenn man jetzt sagen würde, Dardai und Clemens halten dafür hinten den Laden dicht, ist ja auch nicht so. Seit 14 Spielen ohne, seit 14 Spielen jedes Spiel mindestens ein Gegentor bekommen, ist ja auch nicht der Fall. Da muss einfach mehr kommen. Da habe ich auch später noch eine Traumaufstellung, da wo ich ein paar Spieler rein stelle. As Kasiba wäre zum Beispiel so einer, den man jetzt absolut gebrauchen könnte. Das ZOM ist wie gesagt tot. Man hat keine wirklichen Bindespieler zwischen Angriff und Defensive, die das Ganze miteinander verbinden. Das Problem ist bloß, wenn du in der zweiten Liga als Absteiger spielst und so einen dominanten Fußball zeigen willst, was denke ich Hertha auch vorhat, wo gehe ich jetzt mal davon aus, dann braucht man so einen Spieler, der offensive und defensive perfekt verbindet, sich zwischen den Ketten bewegt und immer wieder Druck auf die Gegnerabwehr reinbringt. Jetzt verstehe ich Dardai nicht ganz, denn in der Bundesliga hat man die letzten beiden Spiele in einem 4-2-3-1 gespielt und das wäre meiner Meinung nach auch die Lösung vieler Probleme. Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die Aufstellung, wie ich die Hertha aufstellen würde, wenn wir da ein bisschen drauf eingehen, Leute, ich bin ein Laie, okay, aber ich schaue mir halt die letzten Spiele an und denke mir, es hat die letzten beiden Spiele in der Bundesliga aber unentschieden gespielt und gegen Wolfsburg gewonnen, das letzte. Da hat es ja funktioniert mit dem 4-2-3-1. Wieso stellt man jetzt wieder um? Denn mit dem 4-2-3-1 hat man eine defensive Stabilität, man gibt zwar einen Stürmer auf, aber man hat den Zehner und hat da auch einen Spieler in der Hinterhand. Ich habe ein paar Spiele rausgesucht, die wirklich durch Hertha auch passen und wir gehen mal in die Aufstellung rein, wie ich aufstellen würde. Zuallererst Torwart Christensen ist zwischen Genie und Wahnsinn, wissen wir alles. Danke, da geht raus an Gersbeck. Übrigens ganz kurz, was haltet ihr vom Sponsor von Hertha? Crazy Buzzer. Ich finde es eine Katastrophe, ganz im Ernst. Weiter geht's. Gersbeck im Tor. Also hat sich schon mal da wirklich mit einem Bärndienst erwiesen. Wir haben jetzt Christensen, das ist zwischen Genie und Wahnsinn. Ich weiß nicht, ernst. Ich würde jetzt mal einfach Christensen drin lassen. Dann haben wir eine Viererkette. Auf der linken Seite verstehe ich bis heute nicht, warum Dudziak da spielt. Also in meinen Augen, Dudziak werden wir später noch dazu kommen. Er ist alles aber absolut kein Linksverteidiger, vor allem nicht in der Viererkette. Also ich habe keine Ahnung, ich bin wirklich kein Experte, aber das verstehe ich absolut 0,0. Und ich kenne Dudziak vom HSV, da werden wir später noch drauf eingehen. Linksverteidiger Lukoki. Hat auch nicht gut gespielt, aber den muss man reinwerfen und muss da einfach den etablieren. Man hat ihn geholt und ich denke auch, dass er das kann. Dudziak sehe ich eventuell vielleicht noch in der Dreierkette als Schiedenspieler, aber selbst das ist fragwürdig, sehr, sehr fragwürdig in meinen Augen, wie man den überhaupt da spielen lassen kann in der Viererkette. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was da dahinter steckt. Innenverteidigung ist ja Kempf und Leistner. Leistner, finde ich, war einer der besten im letzten Spiel gegen wen. Wiesbaden hat auch knapp 70% gewonnene Zweikämpfe. Deswegen, ja, warum nicht? Rechts andere Verteidigerposition ist ja dann Cefuig beziehungsweise Kenny. Cefuig ist im Moment noch verletzt. Kenny, ja, ist für die Außenverteidigerposition okay und dafür stehe ich jetzt Dardai nicht so ganz, wenn er sagt, hey, 10 Flanken von meinen Außenverteidigern und keine kommt. Ja, wenn du, ich weiß nicht, Kenny ist jetzt nicht so der Flankengott. Also ich wüsste jetzt nicht, da würde ich vielleicht eher auf die anderen Spieler dann mit draufgehen, aber nicht auf die Außenverteidiger. Doppelsex würde ich mit Dardai Clemens ist für mich zu wenig. Man hat jetzt noch Demme, da sind richtige Gerüchte am Start, aber weiß man auch nicht, was da jetzt passiert. Es ist ein bisschen ins Stocken gekommen und da habe ich schon den ersten Spieler. Und ich weiß jetzt, dass mir vielleicht viele auslachen würden, aber ich würde einfach mal nach einem, ich habe nach vertragslosen Spielern gesucht, weil die halt günstig sind. Hertha braucht günstige Dinge, Alternativen. Und Rudi, Sebastian Rudi. Ja, jetzt werden viele lachen, ja. Rudi wurde halt in meinen Augen viel schlechter geredet, als er war auch bei Schalke. Er hatte einfach einen Preisschild von 16 Millionen, was er einfach nicht gerechtfertigt war, ist ja ganz klar. Aber Rudi, finde ich, könnte mit seiner Erfahrung wirklich defensive Stabilität bringen. Rudi ist kein Aufbauspieler, Rudi ist keiner, der Franz Beckenbauer Gedächtnispässe schlägt, aber defensiv finde ich den relativ stabil. Wenn wir mal hier gucken, bei FB ist ein FB Ref Profil mit 794 gespielten Minuten, Top 5 liegen in Europa, ist er mit 2,95 gewonnenen Zweikämpfen in den Top 11% pro 90 Minuten, mit 3,06 Blocks ist er sogar in den Top 1 von den Top 5 in Europa mit 794 gespielten Minuten. Und bei abgefangenen Bälle ist er auch in den Top 30%. Wäre halt der Mann, der halt alles ein bisschen stabilisieren könnte. Daneben vielleicht ein bisschen spielstarkeren und dann hat man, denke ich mal, defensiv steht man da schon um einiges besser. Wenn wir in die Offensiven reingehen, dann würde ich auf jeden Fall Außenrichter und Reze spielen lassen in dem 3er-offensiven Mittelfeldspiel. Und der Richter hat es auch immer gut gemacht, auch in der Bundesliga auf der Seite, finde ich. Und denke ich, passt auch sehr gut. Reze ist für mich selbsterklärend. Und jetzt kommen wir zu einer Position, das offensive Mittelfeld. Da habe ich jetzt mal, erst mal, das wäre die einfachste Alternative, wäre halt einfach Jeremy Duzi ja das spielen zu lassen. 2021, seine beste Saison beim HSV, hat er da 27 Spiele gemacht, 10 Scorer gemacht. Und wer den Jeremy Duziak von der HSV-Saison noch kennt, der weiß, was der Typ drauf hat. Also das ist ein offensives Feuerwerk, wenn der Bock hat, ist auch ein Bockspieler, muss man auch sagen. Wenn der keine Lust hat, wird es schwierig. Aber wäre schon mal die Erste, wo ich den sehen würde. Zweitens haben wir einen zurzeit arbeitslosen Kerk. Also Kerk ist jetzt ein Spieler, der offensiv eigentlich fast alles bekleiden kann. Zusätzlich hat er in der zweiten Bundesliga 152 Spiele, 58 Scorer bis jetzt erzielt. Und wir halten absolut geisteskranker Standardschütze, wo der Hertha, finde ich, auch ein bisschen abgeht. Also standardtechnisch muss da mehr kommen. In der Liga sind Standards absolut wichtig. Und das wäre halt Kerk, wäre halt jetzt jemand, der gerade, ich glaube 29 ist jetzt, der arbeitslos ist und den man halt, denke ich mal, für relativ wenig Geld gewinnbringend holen könnte. Zusätzlich habe ich noch Haraguchi von Stuttgart. 79 Spiele in der zweiten Liga gemacht, hat auch 32 Scorer hier erzielt. Hat bei Stuttgart so gar keine Rolle mehr gespielt. Könnte man, denke ich, relativ günstig haben. 2024 läuft sein Vertrag ebenso aus. Und jetzt habe ich noch, das wären so die günstigen Alternativen, und jetzt habe ich aber noch einen Spieler, den man sich eventuell anschauen sollte. Und das wäre, finde ich, wenn man den holt, wäre das der absolute Jackpot. Bis jetzt haben wir so gut wie kein Geld ausgegeben. Und jetzt habe ich einen Spieler, der alles im Zentralmittelfeld spielen kann, kreativ ist, einigermaßen zweikampfstark ist, ein absolutes dynamisches, läuferisches Powerhouse ist. Und das ist Marcel Hartl von St. Pauli. Der ist 1,77 Meter groß, 27 Jahre alt, im besten Alter. Kompletter Allrounder. Vertrag läuft 2024 aus, hat einen Marktwert von 1,8 Millionen. Wenn man St. Pauli da noch Geld haben will, dann jetzt. Ich weiß, es ist eigentlich kein Geld da, aber ich denke mal, wenn man da mit 3 Millionen um die Ecke kommt, dann wird St. Pauli da relativ schnell schwach. Kommt drauf an, was Hertha noch abgibt. Hat letzte Saison 34 Spiele gemacht, 5 Tore, bei 8 Assists erzielt. Ist halt absolut geil, spielt 34 Spiele, kann alles spielen. Wenn man auf Sofra-Score schaut, seine Stärken sind Spielmacher und starkes Pressing. Das ist genau das, was die Hertha braucht. Und es ist egal, auf welcher offensiven, in welcher Position er da spielt, den Notfall spielen, lassen auf den Sechser spielen. Das glaube ich, würde er auch hinbekommen. Im Sturm habe ich einfach Tabakowitsch. 1,94 Meter Hühne ist für mich der perfekte Stoßstürmer für die Hertha. Kopfball stark, kann Wandspieler spielen, kann, wie gesagt, kann alles genau das machen, was der Stürmer bei der Hertha soll. Was ich noch vorher vergessen habe, nee, das lassen wir sein, das lasse ich weg. Niederlechner würde ich noch verkaufen. Niederlechner ist absolut kein Stürmer, der für diese Art von Fußball, die man in der 2. Liga, den Hertha spielen muss, um aufzusteigen, den man da gebrauchen kann. Niederlechner hatte seine Stärken im dynamischen Kontospiel, also finde ich, und da kann ich, finde ich, würde ich ihn jetzt nicht mehr behalten. Fazit, kleines Fazit, Hertha wird oben anklopfen, da bin ich mir fast sicher, man lasst der Hertha ein bisschen Zeit. Ich gönne Hertha auch, dass sie oben mitspielen, ich würde es cool finden. Es ist möglich, mit der Mannschaft eine hungrige Mannschaft aufzubauen, mit dem hungrigen Trainer, die 100% Richtung Aufstieg gehen kann. Die Mannschaft hat die Möglichkeit, 100% auch die Fans wieder mitzunehmen, wo es auch im letzten Spiel ein bisschen geknirscht hat, wobei ich wirklich die Hertha-Fans, Gruß geht da raus, einfach kranker Support, und die Hertha hat die Wucht. Berlin hat die Wucht, wirklich zu einer der besten Mannschaften der 2. Liga zu gehören, und da denke ich, werden sie auch wieder hinkommen. Warten wir erstmal die Transferperiode ab, und ich hoffe, dass sie einfach wirklich einen eingeschworenen Haufen bekommen, die Dardais behalten, und so oben mitspielen können. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns im nächsten Video. Danke für die Aufmerksamkeit.